Leute, meine Damen und Herren, ich bin John Wick in Fortnite und heute spielen wir Fortnite-Mörder. Freunde, willkommen zu einem neuen Mörder-Video und zwar mit dabei heute ich als John Wick und Kidmaid als Kidmaid. Äh, nein. Ambigay als Ambigay. Pokémon. Und Danergy als Danergy. Ich bin ein Fisch. Du bist ein Fisch, ja. Freunde, ich würde mal sagen, wir spielen heute Mörder und zwar in einer Unterwasserwelt, die wir erkunden müssen und einer von uns ist der Mörder. Und die Map ist gebaut von Real Jacuzzi und Bauty, ich küsse dein Herz, dass du immer wieder so viele Maps machst, deswegen check doch mal Real Jacuzzi unten ab, Freunde. Let's go. Dann würde ich mal sagen, Jungs, macht den Loot-Pot. Seid ihr bereit, Köpfe nach oben, schallgedämpfte Mizzet-Waffe ist die Dingsbums und dann geht's los in 3, 2, 1, go. Oh, Milch mit Kakao und hohen Kohlerien-Kalorien. Hohen Kohlerien-Kalorien, Digga. So sehe ich das auch. Jungs, kommt mit in die Map. Ähm, ja. Man hat's gesehen. Man hat's gesehen, ich weiß nicht wer. Wer hat die? Jetzt weiß man nicht mehr. Wir machen, wir gehen rein, Jungs, wir gehen rein. Go to Map, oh, okay, Key-Weapon, Innocent-Weapon und Murder-Weapon. Und Leute, ihr seht oben, wieder hier oben, seht ihr den Map-Code? Okay, Freunde, und ihr seht diese Kapsel da, die spuckt immer einen aus und... Was hast du in der Hand, Digga, was hast du in der Hand? Ich sag's dir, du kleinen Pst-Ding, kleinen Pst-Ding. Wer kann das Mörderwaffe, wer kann das Mörder... Da warst du, Digga, ich kill dich, Junge, ne? Komm! Da kommt der Nächste und jetzt warten wir noch auf den Letzten. Wir warten noch auf den Letzten. Ich wurde ausgeschissen. Jetzt wird Odoman auch ausgeschissen. Ich bin schon draußen, Brudi. Ja, warte, ich werd auch ausgeschmissen, warte. Ah! Okay, dann sind wir alle drin in der Map, Freunde. Und dann gehen wir rein in die Unterwasserwelt. Und einer von uns ist der Mörder. Und wer könnte es sein? Ist es Odoman, ist es Kidmaid oder ist es... Ich wollte gerade André sagen, aber André ist gar nicht dabei. Jetzt changen wir erstmal unseren Skin, dass uns keiner hier ertappen kann. Und der Mörder hat eine Möglichkeit, um den Schluss zu verstrecken, meine Damen und Herren. Und ihr seht jetzt genau hier eingeblendet, was mit dem Mörder passiert. Die Leute im letzten Video haben wieder reichlich Sachen unter den Kommentaren geschrieben, was mit dem Mörder passiert. Deswegen, falls du im nächsten Video dabei sein willst, schreib unten jetzt rein, was mit dem Mörder passieren soll. Mit dem kleinen Pisser, Digga. Ob er sich das Fuß brechen soll oder ob er sich den Schlüsselbein in den Arsch stecken soll. Das wissen wir nicht, Freunde. Und... Das ist eine richtige Frage auch, ne? Das ist... Also finde ich eigentlich auch. Ja, mega. Jungs, wie sieht es aus? Habt ihr schon den Schlüssel versteckt, ihr Klempis? Ich sehe hier alle Sneaker ein bisschen. Okay. Sehr difficult, wo ist Ahmed? Oh mein Gott. Ich bin im Tempel. Im Wassertempel. Hier ist ein Jump'n'Run, musst du es tun. Ich bin in mein Palan. Ich habe es getan. Die Map ist so krass gebaut, Mann. Freunde, erstmal haut da erstmal ein Like hier raus. Und wie gesagt, Mika hat die Map gebaut, Freunde. Einfach Temple Run, Digga. Bro, ich sage dir ehrlich, die Map ist ultra krass. Das ist gar nicht mehr Fortnite, Digga, ich schwöre. Das ist Dings, Digga, das ist, ähm... Was war... BDO. BDO. Okay, Jungs, gleich ist die Zeit vorbei. Und jemand hat gerade sein Skin gewechselt, habe ich gehört. Habt ihr den Schlüssel, die kleinen Pisser? Ja. Merkan hat es gefunden. Merkan, hast du den Schlüssel? Ich habe gefunden. Sicher? Mhm. Sag schwöre. Wo ist aber Merkan? Merkan sieht man nicht. Hey, Digga, soll ich mit euch rumlaufen und gekillt werden, oder was? Ja, hallo. Oder du killst uns. Aber ich sehe nur zwei. Irgendwer hat geschossen. Wer ist geschossen? Ich habe geschossen. Du hast geschossen? Ja. Also bis jetzt leben echt noch alle, also es könnte echt gut sein, dass es vielleicht Danijis ist, Digga. Danijis? Ja. Danijiszy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Wer? Wer? Ich weiß, wer es ist. Es ist Merkan. Es ist Merkan. Okay, warum? Odoman ist gerade... Ey, was war der Kie? Vor meinen Augen daumen gegangen. Odoman ist gerade vor meinen Augen daumen gegangen. Ich habe eine goldene Waffe gefunden. Odoman ist gerade vor meinen Augen daumen gegangen, dann bist du... Oder hat er dich nicht gerade beschuldigt? Ja, und er hat ihn direkt umgebracht. Hat er dich gerade beschuldigt? Hat er dich gerade nicht beschuldigt? Das muss ich ganz kurz ablenken. Hey, warum ablenken? Du musst von ablenken, Bruder. Daniel hat es nicht gefunden. Und er wurde jetzt vor meinen Augen gekillt. Bruder, ich weiß nur, dass es gerade um dich ging, Digga. Und Odoman gerade gesagt hat, ich weiß Merkan, warum du es bist. Und dann du, ja, erzähl. Erzähl. Der wäre so ehrenlos und hat Odoman einfach gekillt, Digga. Daniel? Ach, Bruder. Wo bist du? Komm. Warum? Ich weiß doch schon, dass du es bist, Digga. Du hast Daniel gekillt. Du hast Daniel auf einen gewissen, die kleinen Eilen, Digga. Und. Du hast ihn gekillt. Merkan. Wo bist du? Sag. Digga, ganz kurz, ne? Ich weiß, du darfst nicht reden, aber wenn ich bei euch allen die Camps angucke, ne? Alle campen. Alle campen an einem Platz, Digga. Ich bin jetzt Dings, Digga. Ich mache jetzt Agent Move. Alle campen? Hey, wieso alle? Daniel ist dauernd. Warum alle? Das heißt, Daniel lebt noch. Oh mein Gott. Ja, bei mir ist einer. Merkan, woher wusstest du, dass der... Bei mir ist einer. Daniel, Junge, ich dachte... Das ist Kid Baf, der da gerade schießt. Das ist der Hotdog. Ich werde vom Hotdog gejagt, ne? Ich werde Hotdog gejagt, Digga. Okay, Achmed hat... Also, neben der, Angel noch. Wo ist Achmed? Wo ist Achmed? Ich wollte nur gucken, wer von euch nicht in den Taten, Digga. Digga, Odoman, du bist das schlechteste Typ, Digga. Warum redest du überhaupt? Du bist so dumm, Odoman. Du hast komplett die Taktik gefickt. Er sagt doch, ich sehe alle campen. Das war gerade so offensichtlich, Digga. Achmed, Achmed, wusste doch, dass du nicht tot bist, Digga. Ach, Bruder, ja, ja, wo ist denn das? Ja, hä? Wo sollst du denn tot sein? Wir hätten sich gerade... Okay, finales Battle, meine Damen und Herren. Wird der Detektiv Daniel... Bruder, diese Map ist so gigantisch groß, Digga. Wird der Detektiv Danogy, Kid Maeve, töten können? Oder wird Kid Maeve, der einzigmalige Mörder hier in dieser Hotdog-Runde, gewinnen? Meine Damen und Herren. Oder halt dein Schnauze kurz. Hallo, ich muss hier, Digga, du weißt du... Kranke ist, beide sind im Tempel und finden sich nicht. Ja, weil diese Map... Bruder, du brauchst Navigationsgerät hier. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will nicht nachladen, einen Schuss. Du wirst nicht... Ich wollte bauen. Wo, oder was? Das ist alles hier eine Runde, Mann. Digga, what the fuck? Holy fuck. Freunde, dann geht's los mit der Runde Nummer 2. Ich weiß nicht, warum ich so eine ganz komische Handbewegung gemacht habe, aber... Zweite Runde, let's go, halt der Maul. Was war das denn gerade, Digga? Was war das, Digga? Okay, meine Damen und Herren, nach dieser wunderschönen Runde, würde ich mal sagen, geht's los in Teil 2, 1, go! Ich hab nicht gelootet. Ich hab nicht gelootet. Ist mir egal. Digga, schon wieder Mörder, Alter. Wie, schon wieder Mörder? Jedes Mal. Ja, dann gib mal Waffe, Junge. Geier mal nicht. Oh ja, ich werde hier erst mal ausgekotzt aus dem Dings, Digga. Ey, Oda, 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 Oda. Digga, einer von euch beiden ist es Daniel, wir beide sind safe. Jungs, dann würde ich mal sagen, wenn alle da sind, ich und Kip Mimsi schon in der Web. Die machen wieder so, äh, ich hab dir bei TS jetzt. Bruder, Five Head Booth, Baba Thumbtel, Baba Thumbtel. Bruder, wir sind einfach nur unter der Brücke. Schauen einfach hinter euch, ihr Kekstdinger. Daniel, weißt du, was ist der, aha. Ist Daniel schon durch aus der Kackschleuse? Daniel ist noch nicht durch, aber einer von euch beiden ist der schlechteste Mörder überhaupt. Oh Mann. Daniel, du bist safe. Ich hab die Schlüssel gefunden, einer von denen ist es. Kommt, die schnellste Runde Mörder. Wer, wer hat wen im Mund genommen, wer hat wen im Mund genommen, sag. Digga, ach, mit safe von meinen. Okay, die Schlüsselfahrt hat noch gar nicht angefangen, ey. Die Schlüsselfahrt hat noch gar nicht angefangen, Digga. Man darf noch gar nicht platzieren. Darf ich Five Head Booth sagen, oder wann? Wer auch immer Mörder ist, Bruder, 10 IQ, oder Milkan ist Mörder, hat den Schlüssel noch. Jungs, 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 warte mal ganz kurz. Ähm, Milkan, kannst du mal ganz kurz da hinten Mika töten, Digga? Er kommt so einfach raus. Wo ist er? Da. Okay. Äh, ja, ähm. Ey, warte mal, warte mal. Was ist, was ist eigentlich, wenn Milkan jetzt Mörder ist und einfach so tut, als über Detektiv? Warte, guck mal. Das meine, die Schlüsselfahrt hat er gar nicht angefangen. Darf ich schon echt an mit dir? Ja? Ich will ganz kurz, dass Jami Detektiv Conan Musik drunter legt, ja? Okay, Jami, bitte Detektiv Conan Musik und Schwarz-Weiß mit so Donner und Regen so ein bisschen, okay? Das Ding ist, Daniel ist noch gar nicht in der Map drin gewesen. Kid Mave war ein zweites Mal Mörder, aber es ist immer cooler, dass er, dass in der Aufnahme einmal eine Mörderin so dabei ist. Deswegen bist du, Odoman. Und Kid Mave hatte keinen Bock, ein zweites Mal zu sein. Von daher, sag, oder ich kill dich jetzt. Ich bin ein Detektiv. Ich bin's nicht. Oder? Oder Milkan, oder ist es Milkan? Ey, lass uns jetzt erstmal in die Map kurz, okay? Wovon ich mich vergesse. Ich bin's nicht. Dann ist es Ahmed. Na, entweder ist es Ahmed oder du bist es. Digga, dann behalte immer einen im Auge. Ich behalte immer den anderen im Auge. Ja, behalte den auswärts. Odoman kommt als erstes raus. Wir wissen nicht, wer als erstes rauskommt, ne? Ja, werden wir schon merken. Okay, Odoman ist draußen, weil Odoman hat nur den hässlichen Skin. Ich verfuck Odoman. Ich bin jetzt draußen. Ich bleib bei Atmen. Nein. Doch, ich bin jetzt draußen. Nö. Doch. Digga, Milkan, gib doch einfach zu, dass du's bist, Digga. Warum soll ich sein? Warum soll ich das sein? Warum soll ich das sein? Warum soll ich das sein? Kill mich. Kill mich. Wo bist du? Kill mich. Töte mich. Komm, töte mich. Töte mich. Töte mich. Exekutier mich. Komm. Sprich aber davon noch. Gebet! 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 Hey! Mirkan schießt auf mich. Mirkan ist Mörder. Er ist kein Detektiv. Er ist kein Detektiv, Digga. Ich erschieße dich. Ich erschieße dich. Er hat mich angeschossen. Hä? 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 Ich war grad bei dir, oder? Angeschossen mit deiner Liebe. Oh mein. Oh mein Gott, Digga. Digga, das Ding ist, Oduman. Was? Es ist einer von euch. Es ist... Nein, du bist das, Digga. Komm, drop deine Waffe. Drop du deine Waffe. Drop du deine Waffe, wenn du Eier hast. Wenn du es nicht bist. Wenn du Eier hast. Wenn du Eier hast. Bist du nicht. Warte mal. Wo hast du überhaupt die Waffe gefunden? Direkt am Spawn, wo ich und Danergy noch nicht drin waren. Digga, stell mal vorhin, sind beide Influencers. Ich mein... Influencers. Was, wenn es Ahmed ist und er lacht sich gerade ein Kack ab? Nein, Oduman. Drop deine Waffe oder ich kill dich. Ich bin Detektiv. Komm, du bist doch nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass Mirkan blüfft. Ich glaube auch, dass Mirkan blüfft, Digga. Guck mal, wir haben hier zweite Map, meine Damen und Herren. Wir sind auf der zweiten Map. Und Daniel ist gestorben. Einfach Skimbox. Hä? Was machst du denn hier? Wart mal ganz kurz. Wart mal ganz kurz. Hä? Hä? Ich bin unten. Wo seid ihr? Digga, wir sind in einer anderen Dimension. Wir machen jetzt einen 3er Lilles Kill. Was? Mirkan, er schießt Ahmed. Komm her, warte. Nicht schießen. Oder Digga, was ist das bitte für ein Mörder, wenn du einfach Leute die ganze Zeit abschließt? Junge, bist du doof? Oder was soll ich jetzt die ganze Zeit Dings tun, als wenn du dich wärst? Besser Titel. Pief wegen Mörder. Freunde, was war das denn für ein Ende, Alter? Leck mich am Arsch. Da war noch ein Fight unten am Boden, Freunde. Mirkan hat KidMave ertappt, aber ich hatte auch so ein kleines Gefühl, dass es KidMave war, Freunde. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst euch einen Like unten da. Checkt auf jeden Fall mal die Jungs ab. Und natürlich, wenn ihr Mörder liebt, dann müsst ihr euch jetzt drei mal im Kreis drehen und einfach irgendwas unten reinschreiben. So wie hab ich oder so. Und deswegen haut rein, macht's gut. Ciao.